Hallo ihr Lieben, machen wir ein bisschen weiter mit dem feinsten Trash von Julian Ziedlow und wie heißt der Kühnarm, also seinem ehemals besten Kümpel und Kate, ja also es läuft alles wie nach Lehrbuch, also jetzt hat er sich da so angestrengt und so ein spirituelles Video gemacht mit, ich bin so berührt, ich bin so in einer höchst schwingenden Liebe. Ja, kriegt dann eigentlich, also nachdem er physisch einen in die Fresse gekriegt hat, kriegt er halt über Instagram einen in die Fresse von Julian, der dann sagt, ey, du kleine Ratte und so und schon ist es vorbei mit der Spiritualität, so läuft das eigentlich immer schon. Geht zurück zur Hinterhof-Schlägerei, sag ich mal, von irgendeiner Gang, ja schon sieht man, schon würde ich mal sagen, Mask Off bei Kühnarm, ich meine, ist alles nicht so wichtig, aber irgendwie ist es auch amüsant, also er schreibt jetzt auf einmal folgendes, also es ist gar nicht mehr die Rede von, ich liebe dich bedingungslos und so, komisch, wo ist das geblieben? Ich realisiere zum ersten Mal, was für ein Spiel du spielst jetzt, wo ich mich entschieden habe, zum ersten Mal im Leben nicht mehr nach einer Nase zu tanzen und so weiter und so fort, du behandelst Menschen wie Spielzeuge, baust Unternehmen auf, ja, bin in deinem Spiel verloren, ja, ist ja so ein bisschen Opferdenken, auch nicht so spirituell, naja, der größte Schamanen des Universums, der größte Coach des Universums, also da, das kann ich verstehen, was er da schreibt, also ich finde ihn hier viel realer als gestern, muss ich ganz ehrlich sagen. Wenigstens waren es vorher tatsächlich Unternehmen und nicht Menschen, erinnerst du dich, die größte vegane Supplement Brand, ja, also, ich sage ja auch, wahrscheinlich, du hast schon immer geredet wie jetzt und es ist einfach kein Unterschied, ne, es ist einfach nur ein anderes Thema, aber gut, ähm, aber das ist immer der Tollste und der Tollste ist, äh, das habe ich ja auch schon gesagt, ähm, liebst davon, Menschen öffentlich zu zerstören, naja, aber was ist denn, äh, mit die Ex-Freundin, mal gerade zwei Wochen her, vom besten Kumpel zu vögeln, ähm, ich meine, ist das nicht auch Drama, Drama inszenieren, ist das nicht Mitmachen am Drama? Ah, ja, aber gut, ähm, er wirft natürlich, ähm, dem Julian, wissen wir jetzt nicht, ob das stimmt, aber viele unspirituelle Dinge vor, nämlich, ähm, wenn man sich von ihm lösen will, das sage ich immer wieder mit Gurus, darfst du dich vom Guru lösen, ohne dass du Ärger kriegst, ne, das ist ein ganz wichtiges, wichtiger Punkt, ich will jetzt nicht sagen, dass du wieder ein Guru ist, aber wir reden ja viel über Spiritualität die letzten Tage hier, ähm, wann ist es nicht gut, wenn du nicht gehen darfst, irgendwie, ne, und er sagt dir, man darf nicht gehen, ne, weil der sich, wer sich irgendwann von dir, ähm, emanzipiert, ähm, der, ja, der erfährt irgendwie was Schlechtes von Julian, also, schreibt er ja zumindest, äh, liebst Menschen abhängig von dir zu machen, erst wenn sie sich lösen, machst du, machst du vor keinem Halt, sei es deine Frau, deine große spirituelle Liebe oder dein bester Freund, ja, also wie wir sehen, alles Egoscheiße, 3D, aber wenn man einfach dazu stehen würde, dann wäre ja schon alles gut, ne, nur weil du ein Vermögen aufgebaut hast und jetzt online dir alles egal geworden ist, bedeutet das nicht, dass du Menschen besitzt, damit du dir machen kannst, was du willst, das ist eigentlich eine ganz starke Aussage, finde ich, also mir gefällt er hier viel besser, auf jeden Fall, ich mache mich nicht mehr von dir abhängig, ich will deinen Film nicht, ja, warum nennst du dann deinen Podcast genauso, also, naja, so, du hast mir mal gesagt, was ich alles machen soll, äh, bla, 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 ja, so spannend ist es irgendwie auch nicht, ne, du sprichst über Frauen, die mir alle am Herzen liegen und die ich wirklich liebe und nicht einfach nur mit einem Kaffee-Emoji versehe, das heißt ja, das macht er ja immer, wenn er wieder jemanden zum Vögeln sucht, ähm, aber es melden sich ja auch immer Leute, ne, ich meine, es ist nicht verboten, was er macht, ne, wie gesagt, wenn man einfach sagen würde, hey, wenn man es einfach lassen würde bei, ich will einfach völlig egoistisch machen, wo ich Bock drauf hab, ähm, dann wäre ja alles gut, ne, wenn man da nicht so einen spirituellen Kram da drüber legt, ne, ähm, Rest verstehe ich jetzt nicht so richtig, äh, es geht immer nur um dich und deine Show, ja, mag sein, aber offensichtlich möchte er teilhaben an der Show, sonst würde er, ja, jetzt nicht Podcast machen, den genauso nennen und, äh, die Frau von seinem väterlichen Freund bumsen, äh, also offensichtlich will er ja mitmachen, ne, mach ruhig weiter und zerstöre mich online, jetzt weiß ich nicht genau, was da gemeint ist, ähm, gut, aber jetzt haben wir das, was eigentlich viel authentischer ist, dass er jetzt auch wütend ist, aber was war denn gestern, wo war denn gestern seine Wut, da haben wir ja noch überlegt, schluckt er sie vielleicht runter, ich glaube, heute können wir safe sagen, ja, er schluckt sie runter, ne, oder hat sie runtergeschluckt, sowas haben wir hier, wollte jemand das Beste für dich, äh, ja, gut, haben wir jetzt einfach die, haben wir jetzt tatsächlich einen Mask-off, die Geschichte einer, ähm, Demaskierung von einer väterlichen Übertragung, vielleicht, ja, ein letztes Wort zur Zeremonie, da wurde er ja von Julian beschuldigt, ähm, ich kann mir extra unter diesen Zeremonien nichts vorstellen, wenn jemand weiß, was da gemeint ist, schreibt es einfach rein, aber er wurde beschuldigt, da, äh, mehrere Frauen durchgenommen zu haben, wo ich mich immer frage, wo kommen diese ganzen Frauen her, die sich immer mit diesen Typen einlassen, ey, ich weiß es auch nicht, äh, was scheinbar jetzt, ich meine, irgendwie scheint es ja dann doch so, so heilig zu sein, dass man es nicht machen sollte, andererseits, High-Six-Citement, was soll's, Sex auf dem Altar, alles scheißegal, ja, ist auch irgendwie nicht so richtig logisch, aber gut, also auf jeden Fall gab es da so Vorwürfe, ähm, ja, auf die er komischerweise nicht eingeht hier, ne, er schreibt da jetzt irgendwie randommäßig was, äh, ich bin nicht perfekt, genau wie mein Leben, doch das ist auch nicht mein Anspruch, hört sich für mich ein bisschen so an, als wenn er das einräumt, aber ich kann das jetzt nicht ermessen, wie schlimm das ist und so, vielleicht wisst ihr da mehr drüber, könnt ihr gerne zuschreiben, gut, ähm, ja, alle, die Teil dieser Reise waren und wissen, wer ich bin, oh, es ist dieses Drama, die sind ja alle so Drama, Drama, die müssen alle mal einen Drama-Kurs machen, äh, danke für alles, Aho, Aho, naja, ähm, wollte mal sagen, letzter Tag heute oder morgen vielleicht noch, Adventskalender noch zu buchen und auch mit der Kombi, mit der Selbstlieder-Challenge, das ging aus irgendwelchen Gründen, äh, hat das Angebot, hat dieses, diese Kombi scheinbar nicht so richtig funktioniert im Bezahlvorgang, wenn ihr das so machen wollt, macht es noch heute oder morgen und könnt auch noch gerne in die Selbstbehauptungs-Challenge einsteigen und lasst mir gerne ein Abo da, ein Like, ein Dislike, whatever und wir sehen uns, wenn ihr noch weiter so lustige Themen habt, schreibt es mir gerne, wir sehen uns mal wieder, ciao, liebe. ENDE ENDE Vielen Dank.